ja hallo herzlich willkommen zum dritten teil mit dem fernboss simulator wir sind jetzt noch in flensburg es schüttet wie eine sau fing in der letzten folge an laut ist es nass ist es ja 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 so machen wir gleich die fahrt weiter wir rasten nicht hier jetzt ist 17 uhr 44 18 uhr 50 müssen wir auf hause machen okay und das und dann kurz vor elf sind wir endlich kopenhagen geht schon wieder gestöhnen dahinter hier vorne hier hinter jetzt machen wir erstmal ordentlich scheibenwische die leute sitzen alle aber schöne beleuchtung ne gibt's schon schöne busse ich sitze auch wieder bequem und dann geht's los also der fettmesser neben rein hatte hab ich gesagt transporter schwein ich kenne doch die transporter schweine sorry wenn ich das aber jetzt ist ja kommt so ab nach kopenhagen 416 kilometer ja genau passt drei folgen aufzuteilen war gute idee kopf 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 ja knapp weise bis zu spät aber ja gut ja so in denen dlcs geben die sich ein bisschen mehr mühe die städte irgendwie darzustellen also bisschen ich sag jetzt noch facettereich so abwechslungsreich und so weiter die standard die beim standard geliefert wurde sind könnte es mal ein update fahren dann auch irgendwann was das schüttet im moment jetzt fahren wir natürlich dummerweise in die nacht hinein das sehen wir von der neuen dlc sehen wir dann ziemlich wenig wieder das ist natürlich wieder blöd aber ich kann ja leider nicht hier pause machen wir schlafen jetzt alle acht stunden oder was geht denn das die leute die wollen ja irgendwo ankommen auch geht's doch das war knapp aber ging kein blinke gar nichts also kenne ich mich jetzt halt dass wir wieder draußen auf der autobahn jetzt sind wir gerade wieder losgefahren an der station ist nun wieder gäste zugestiegen das heißt hallo und herzlich willkommen bei flixbus wir freuen uns dass ihr an bord seid und wir gemeinsam unser heutiges reiseziel ansteuern bevor wir richtig in fahrt kommen hier ein paar hinweisen was immer gleich gestöhnt wird wenn die ansagen kommt die gesetzliche anschnallpflicht bitte schnallt euch deshalb während der gesamten fahrt an in den sitztaschen vor euch findet ihr unsere bordkarte mit weiteren sicherheitshinweisen und infos zu unserem snack und getränke angebot eine toilette befindet sich im hinteren einstiegsbereich wer kostenlos surfen will wählt sich einfach in unser wlan netz ein unser reisetipp fürs internet schaut doch mal auf unserer facebook page vorbei unser team freut sich riesig über eure likes und nachrichten sollte euer akku zu neige gehen kein problem viele unserer sitze sind mit steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet so könnt ihr euer smartphone die gesamte fahrt über nutzen wenn ihr eure nächste fahrt auch gleich mobil buchen wollt holt euch einfach unsere app und profitiert von exklusiven online angeboten auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle infos muss ich gerade mal den sound runterfahren ich muss gerade so innerlich brutal brüllen lachen unser team freut sich riesig über eure likes und anregungen bei facebook wie muss man sich das jetzt vorstelle wie leichter unfall ja sorry der ist mir drauf gefahren ach ja das ist wieder so also die freuen sich riesig auf antworten und anregungen also wie muss ich mir das vorstellen die sitzt im büro und dann hat jemand das geschrieben oh Gott ich bin ich bin so wahnsinnig ich könnte ich könnte heulen das ist so wahnsinnig gut gemacht ich bin so glücklich hier zu arbeiten hat jemand ein like oder was abgegeben ist das so das ist so übertrieben warum sagt man nicht ähm wir freuen uns auf ihre anregungen besuchen sie uns einfach auf facebook instagram oder whatever die auch noch immer da hänge das würde doch reiche eieieiei immer so ein unsinn zu erzählen schon wieder läuft der unfall was ein stau hier gut das findet gerade reinfahren hier im flanzbusch ok und schnauze halte jetzt so äh also wirklich schwein der unfall der ist jetzt hinten einer drauf gefahren ich krieg minus punkte dafür das geht nicht das ich find das so kacke das ist jedes mal ich mein klar die wollen gute punkte vergeben wenn nix passiert ist und so weiter ist ja alles gut aber man kann doch manchmal nix dafür ja oder die ki ein bisschen besser einstelle damit ich wirklich alleine nur derjenige bin der eigentlich nur theoretisch einen unfall verursachen könnte also ich verstehe das einfach nicht ja so jetzt bitte raus auf die autobahn ja ja schweigen und schweigen die sie schweigen der schweigen schweigen So, weiter Richtung Norden erstmal. Und wenn wir über die Grenze sind, fahre ich zum ersten Mal in ein Gebiet, wo ich noch gar nicht war, hier im Gehen, bin ich mal gespannt. Oh, krieg ich mit der Punktabzug ohne Ende, zu dicht aufgewandt. Tja, mit dem Bus kann man so leider mitfahren, mit Gästen an Bord. Aber das ging jetzt gerade gar nicht. Da ist noch Bus. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das schon, das ist eigentlich die Pausesektor. Ja, ja. Was denn jetzt? Auf geht zur Regnung. Was denn das? Ein Zelt? Wir müssen natürlich neben dran passen. Warum dürfen die da drin stehen, zudem nicht? Und wir müssen da draußen im Rege stehen. So. Komm raus, Pause mache. So. Ist das die Grenze? Ist das die Grenze? Das ist die Grenze, oder? Das soll das Zollhäuse sein. Ja, da oben die Uhr stürmisch, oder? So wie die Zitteln. Oh, das ist aber nicht schön dargestellt, oder? Wenn das schon wirklich die Grenze ist jetzt. So, pfeifen wir sie mal raus. Das kann doch nicht. Die Eisele fährt immer noch mit. Der Haug ist neu, hä? Lennart, der Lennart Haug. Die German, ja. Habt ihr euch die Plätze getauscht? Ne. Stina, hä? Ah, ehrlich. Die ehrlich. Zack. 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 Oh, oh, einer fehlt. Irgendjemand wieder nicht so richtig. Das könnte auch ein bisschen besser gemacht sein, ah, da, ok, ja, ja, sehr gut. Hier die Treppe runter, so. So, ab nach Kopenhagen. Der lässt bestimmt durchschnitt, komm, fahr. Ah, mein Gott, so stures Volk, ey, blödes. So. Bringen wir das erstmal auf Geschwindigkeit bis hier. Das ist okay. So. Aber wenn das jetzt wirklich die Grenze war, ist das wirklich ein bisschen schwach dargestellt. Ist die Autobahn nur mal verschwunden? So. 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 . So. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier ist viel Verkehr, ne? Eigentlich ist es ja dumm, ähm... Also eine feste Linie Frankfurt Flughafen Kopenhagen mit Flixbus zu machen Wo es Fliege ja einfacher ist Weil wir starten am Flughafen, ne? Wohlgemerkt Wenn man in Frankfurt starten würde, wäre es eine Alternative zum Fliege Aber am Flughafen zu starten wäre halt blöd, ne? Aber gut, sehr egal Das ist ja wurscht Ich habe keine Ahnung, ob der Tank noch hält und so weiter Das zeigt irgendwie ungenau da unten was an Ich habe mich schon mal darum gekümmert Und war ja ganz überrascht Wie ich dann nur an die Tankstelle gefahren bin Um einfach ein bisschen aufzufüllen, Kontakt auffüllen Aber dann Minuspunkte fürs Tanke Weil ich einen Tankstopp eingelegt habe Das ist halt... Das darf nicht sein Das ist wie ein doofes Game Sonst gar nichts Es muss Simulation bleiben Und da müssen die dran arbeiten So, kurz in die Karte Wo sind wir dann? Da oben sind wir Wir sind schon drin in... Wenn den ich mag Eigentlich könnte man hier nochmal eine Pause einlegen Kriegt aber wieder Punktabzug dann Das ist nur noch das Stück Komm Ja und normalerweise Wenn ich das mal so gespielt habe Wenn ich mal Zeit hatte Da habe ich dann oft eine größere Strecke gefahren Und irgendwie so quer Durchs ganze Land Durchs ganze Kartengebiet Hauptsache durch interessante Städte Als Zwischenstops zu kommen Also unrealistisch lange Strecke schon fast Und habe die Städte angewählt Vor allen Dingen die dann zwischendurch Die noch nicht freigeschaltet waren Man kann nur eine Route beginnen Von einer freigeschalten Stadt natürlich Fuchse Was eigentlich Dachse sein sollte Ne Das ist schon mal Was eigentlich noch nicht so gut ist Was eigentlich noch nicht so gut ist Und dann ist das so gut ist Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020 So, es kommt gleich wieder eine Überraschungsabbiegung, oder? Ne, ich habe das Gefühl, dass mit den neueren DLCs, dass dort auch so ein paar Dinge dann abgeschaltet wurden, die einfach gestern ergeben, normalerweise. Nur wäre auch schön, wenn die auch die bisherige noch ein bisschen behandeln würde. Dann fahren wir die mal rüber, weil die ziehen raus. Also dieses Mini-Kerzsche, was hier eingeblendet wird, so ganz verstehe ich das auch nicht. Weil Kopenhagen, 252 Kilometer, Ankunft, 17.45 Uhr. Das ist die Zeit, wo wir eigentlich weggefahren sind, gerade eben. Warum wird das da so dargestellt? Warum steht dann die Ankunftszeit? Oder die geschätzte Ankunftszeit, meinetwegen. Keine Ahnung, was die darstelle soll. Ich glaube, da müssen wir rüber jetzt gleich. Ja, da müssen wir abbiegen. Ja, und zu dieser Fernbus-Simulation, wie gesagt, also das Ganze perfektionieren. Wie wir es von anderen Spiele-Mitarbeiter auch gewohnt sind, wo es sehr gut geworden ist. Und dann haben die Leute auch Bock dafür zu investieren, natürlich auch Geld zu ausgegeben. Natürlich, anstelle Punkt-System wäre mir Wirtschaftssimulation lieber. Ich darf halt geblitzt werden, kostet Geld. Ich muss tanke unterwegs und es Punktabzug gibt, sondern man muss halt tanke. So ein Bus braucht auch Sprit. Und, ähm, auch Wartung, ne? Schon hat man auch noch bei, äh, kleine Wirtschaftssimulationen dabei. Und baut sie seine Busroute auf. Und ähnlich wie beim Eurotax-Simulator hat man dann auch Fahrer und eigene neue Busse gekauft. In seiner Station abgestellt und damit die auch Linie abfahren, ne? Ist das die erste Stadt jetzt, oder? Wo wir vorbeikommen? Jetzt kann man gucken. Koldingen, ja. Sind wir gerade vorbeigefahren. Warum steht denn das da nicht? Stand da Shanghai? Nee, kann nicht sein. Da wird's einsporisch, wenn ich das Symbol richtig gedeutet habe. Oder nur Verengung wahrscheinlich. Kann auch sein. Fahrbahnverengung. Schade, dass wir das jetzt im Helle sehen. Ja, bestimmt ganz nice gemacht, ne? Schade, dass wir das jetzt im Helle sehen. Gibt es schon wieder eine Fahrbahnverengung? Mal gucken. Und schon düsen wir in die Nacht hinein. Ultraspeed Germany-Spedition ist neben uns. Und hat ein Salzburger Kennzeichen. Auch nicht schlecht. Schauen wir mal, was im Radio läuft. So, liebe Freunde und Zuschauer von Mainzwibbelring TV. Bitte nicht vergessen, zet ihr Abonnieren, ein Like dazu lassen und folgt mehr auf YouTube und auch bei Discord. Viel Spaß beim weiterschauen. Tja, ihr habt Beatrice gehört, mehr läuft leider nicht im Radio. Wir würden uns alle drüber freuen, für all diese Mühe, diese Arbeit, diese ganze Video zu produzieren. Wäre schön von euch, ne? Also, tut es einfach. Vielen Dank. 102,8 Kilometer, jetzt geht's aber flott. Und dann kommen wir als Fahrer endlich zur Pause. Wobei, die Pause wäre schon lange überzogen. So lange am Stück dürften wir nicht fahren. Insgesamt war die Fahrzeit mit 15 Stunden angegeben. Das ist ein absolutes No-Go. Und No-Possible. Das ist ein absolutes No-Go. Das ist ein absolutes No-Go. Ich habe noch nicht mal probiert, wenn der Sprit leer wird, ob ich mir stehen bleibe ohne Sprit. Weil irgendwie wird das... Ich meine, ich gucke wirklich in die... Wenn ich an der Tankstelle stehe, sehe ich, oh, muss wirklich was rein. Das passiert schon. Aber ob er auch leer sein kann. Ich meine, wir sind jetzt seit Frankfurt der Flughafe auf dem Weg zur Kopenhagen mit einer Tankfüllung wahrscheinlich. Nein, ich habe noch mal geguckt, wie viel überhaupt drin war. Ich weiß es nicht. Wie weit fährt so ein Bus mit so einer Tankfüllung? Weiß ich auch nicht. Je nach Tankgröße, der kann schon einige Kilometer weg machen. Also über 1000 bestimmt und so weiter. Aber keine Ahnung, ich weiß es nicht. Nur gemutmaßt im Moment. Eine Brücke nach der anderen. Oh, guck mal, ein Leuchtturm. Aber das sieht bestimmt nice aus. Also ich muss da unbedingt... ...eine der nächsten Toure mal von dort aus wegfahren. Aber tagsüber... ...wie das dort aussieht, ne? Was ich da hingezaubert habe. Hügellandschaft im Moment. Naja, in Dänemark gibt es ja viele Inselfragmente. Also es ist keine Insel, aber... ...wo immer wieder das Meer durchschließt und so weiter. Das kann schon sein, dass es so aussieht, ne? Da muss ich auch irgendwie nochmal hin. Irgendwie mir das angucken. Mal so ein paar Länder da oben. Ich meine, in Helsinki war ich. Bin ich mit dem Auto hingefahren. Bin ich nach Helsinki geflogen. Dann mit dem Mietwagen bis oben nach... Wie heißt das auch? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall eine ganze Strecke hoch. Und da habe ich auch erst mal diese superlange Trucks gesehen. Diese mit Überlänge. Die fahren dort, die sind dort erlaubt. Aber die Autobahn geht dort fast nur geradeaus auch, ne? Also... Oh, da kommt eine Mautstelle. Ernsthaft? Müssen wir irgendwo rein? Dürfen wir irgendwo rein? Ich habe keine Ahnung. Soll ich es machen? Ich glaube, hier müssen wir rein, oder? Nur stehen bleiben oder was machen? Ah, ist hochgegangen. Okay. 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 So, Tempo macht es wieder an. Na, na, hallo, wir haben sie gleich. 110 Kilometer. So, Tempo macht es wieder. frankfurt kopenhagen in der spielzeit knapp drei stunden also 22 stunde 50 minuten oder sowas keine ahnung ja sowas geht schon ein bisschen zeit weg so eine tour zu fahren die muss erst mal habe wieder 1 her 2 her 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 wirklich schade dass dunkel das nimmt wird gern mal sehen wie die landschaft ober gestaltet ist muss ich unbedingt machen also sup naja das ist genau dieselbe bezeichnung wie beim debass nur dass hier die ki ganz was anderes ist und die detailtreue ist hier deutlich weniger würde ich sag ich glaube das war die letzte chance für die pause wo ich machen wollte nochmal ja ja egal machen dürfen dürfen wir keine mehr also es ist eh wurscht so schnell noch an dem sieben fünf tonnel vorbei wenn es überhaupt fünf kann noch kleinere version gewesen so da fährt wieder tml haben wir auch im debass gesehen so 33 km noch, ging ja flotter wie gedacht eigentlich, die 400 noch was km was es waren. Können wir noch überholen oder kommt bald eine Abfahrt? Oh, die werden langsam, komm, komm, komm. Vorne schon der Flughafen von Kopenhagen. Naja, viel kann man jetzt nicht sehen. Ah ja, da vorne müssen wir runter schon, okay. Terminale, Terminal soll das heißen. Das wäre jetzt cool, wenn wir auch noch am Flughafen die Endstation haben, dann wären wir vom Flughafen zu Flughafen gefahren. Nur eben nicht fliegend, sondern als Busvariante. So. 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 Also ich denke, dass das Flughafen ist, Terminale und was da gestandet, das passt schon hin, ja. Wenn da auch viele Fahrradstände stehen, ne. Die fahren alle in Urlaub mit dem Fahrrad, mit Kofferhänden drauf zum Flughafen. Wahrscheinlich. Und Kopenhagen fahre ich freigeschaltet. Ihr macht einem echt Angst, wie er da steht, echt. Alle in die Richtung, okay. Ey, 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 was macht der denn da? Ja, könnt ihr jetzt verschwinden oder so? Wollt ihr hier rumstehen? Koffer alle draußen, ja. Ja. Also, das meine ich, ne. Wir sehen den Bus fast gar nicht. Alles schwarz. Ne, und dieses illuminare Licht, was grundsätzlich immer da ist. Egal, wenn ihr nachts im Wald spazieren geht, es ist immer Licht da. Das Leuchten, keine Ahnung, was, wie auch immer. Wenn es selbst die Sterne oder der Mond sind, aber irgendwas leuchtet immer. Und das ist mir halt so schwarz. Das ist einfach nur schwarz. Ne. Bleibt der stehen? Der sieht mich. Aus Hamburg. Hallo. Fährt der wieder weiter, ja. So. Das können wir ausloggen und dann ist eigentlich... Ach, die Punktzentrale. Total 21.000 Punkte. Das ist schon nicht schlecht viel, ne. Aber jetzt bloß 10 Fahrgast transportiert. Bloß 10 verkaufte Tickets. Bloß 10 abgeschüttete Stops. Ungültige Tickets eingecheckt, verkauft. Habe ich ja gar nicht. Da gäbe es eh nur Minus. Was soll denn das? Da ist alles gut. Service. Auch alles gut. Verkehrsregeln. Das war ja fast klar. Betriebszeit eingehalte. Ja, ich hätte eher Pause machen müssen, ne. Sachschäden. Wem habe ich noch was auf der Schädel geschlagen? Sachschäden. Ah ja, gut. Unfälle wahrscheinlich, ne. Radarkontrolle. Ja, ja, ja. Minus 1. Sicherheitsabstand nicht eingehalten. Ja, weiß ich nicht, wie die das meinen. Ich meine, in der Stadt drin schon. Zählt das da drin schon? Auf der Autobahn mit Sicherheit auch. Das eine oder andere Mal, wo ich so dicht aufgefahren bin noch. Auf der Straße gefahren bin ich 98,9%. Aber das ist nicht schlecht. Ich kann halt fahren, ne. So ist es nicht. Geschwindigkeit eingehalten 99%. Das ist auch gut. Ja, ich bin hier eigentlich dicht her gefahren, ja. Nicht schlecht. Und kommen wir jetzt auf eine andere. Ja, wahrscheinlich sind wir jetzt auf eine andere Punktestand gekommen. Und das war eine ordentliche Strecke, ne. In drei Folgen, gar nicht so verkehrt. Wenn ihr Wünsche habt, welche Strecke ich mal fahren könnte, welche Route, ne. Dann schreibt es gerne drunter und dann fahren wir das. Ohne weiteres machen wir das dann gerne, ne. Also, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.